Ibims, die Wabalhornung von Ich Bin's, ist das Jugendwort des Jahres 2017. Das hat der Langenscheid-Verlag am Freitag bekannt gegeben. Nach einer vorgeschalteten Online-Abstimmung hatte sich eine Jury für den neuen Preisträger entschieden. Zur Auswahl standen ursprünglich 30 Begriffe, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht, darunter Wörter wie gefrischt, satt, unflieh, uncool und schatzlos, single. Die Favoriten der Online-Abstimmung waren Getwit als Bezeichnung für etwas, das klar geht, und Napflexen für ein Nickerchen während eines Films. Mit rund einer Million Abstimmungen habe es diesmal so viele gegeben wie noch nie, teilte Langenscheid mit. Doch nicht das Voting entscheidet, sondern eine 20-köpfige Jury, darunter YouTuber, Blogger und Sprachwissenschaftler. Und die bevorzugten den Ausdruck Ibims. Bild auf Twitter anzeigen. Bild auf Twitter anzeigen. Langenscheid Klammer A für Langenscheid. Nummernzeichen J-U-G-E-N-D-W-O-R-T-D-E-S-J-A-H-R-E-S-2017 Nummernzeichen Jugendwort Nummernzeichen J-U-E-N-D-W-O-R-T-2017 Nummernzeichen Zehn Jahre Jugendwort Nummernzeichen Ibims. 18 Uhr Binde-17. November 2017 47 47 Antworten 176.176 RedWords 225.225 Gefällt MIR Angaben Twitter-Arts-Info und Datenschutz. Fast jedes Jahr zeigen sich Unterschiede zwischen den Vorlieben der Online-Nutzer und denen der Jury-Mitglieder. Im vergangenen Jahr lag es so als Zustimmung oder Unterstreichung von etwas vorne. Die Jury entschied sich aber für Flee-Sein, einen Begriff aus der Hip-Hop-Szene, der so viel heißt wie Jemand oder etwas geht besonders ab. Fotostrecke Neun Bilder Rückblick Das waren die Jugendwörter der vergangenen Jahre. 2015 lag in der Online-Abstimmung das Verb Merkel vorne, das so viel bedeuten soll wie nichts tun, keine Entscheidung treffen. Die Jury kürte aber mit Smombi ein Kunstwort aus Matfone und Zombie. Es soll jemanden beschreiben, der von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt, weil er nur noch auf sein Smartfone starrt. Immer wieder kommt es nach den Jury-Entscheidungen zu Debatten darüber, ob das ausgewählte Wort wirklich die aktuelle Jugendsprache abbildet. Bei Twitter meldeten sich unmittelbar nach der Bekanntgabe am Freitag etliche User mit Zweifeln oder drückten ihre Enttäuschung aus. Die Jury-Entscheidungen